Was denn nun? Was denn jetzt? Wie bieten hier in die Komme? Das war der falsche Turm. Ach, der hat angeklickt. Mann. Nicht genug Einigkeit. Ja, ja. Wieder. Komm, bitte mach doch mal was. Ah, ich kann den ersten Bagger kriegen für hier vorne. Oh, Schnucki Puzzis. Wer buddelt schon? Was buddelt darin? Ah, ja. Okay. Ja, dann buddelt er mal erst mal. Das geht noch. Lass mal gerade machen, ja. Hier unsere Kohle. Oh, ist das schön. Und diese... Und diese Abtragung dann nach rechts weiter fortführen. Gut. So, Ammoniak. Ist da schon etwas dazugekommen? Ne. Ich mach mal spannendes aber aus, damit ich sehe, ob überhaupt etwas ankommt. Ammoniak. Auch so seine Sache. Zwischendurch die... kriegst du so als Nebenprodukt und dann... frisst oder stirbt und sieh, wie du klarkommst. Und wir haben immer noch keine gültigen Teile. Warum nicht? Woran liegt das denn? Abgabe voll. Aha. So, dann muss ich mal hier ein bisschen... ein bisschen auffrischen. Weil diese... Dinger blockieren alles. Auch nicht zu viel. Nur vereinzelt. Hauptsache... Ja. Immer nur mal... Weil die machen... Die machen die Ausgänge zu. Die machen die Ausgänge dicht und dann geht gar nichts mehr. Dann wird nichts anderes mehr produziert und nichts. Und deshalb... Weg. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug hätten. Jetzt haben wir das Verhältnis schon mal wieder ein bisschen geändert. Weil wir haben... Elektrische... Elektronik haben wir 6300. Und die mechanischen... Teile... 6300. Auch... Also ist nicht, dass wir zu wenig hätten. Ja. Voll. Und der noch 4000. Und kriegen ja noch... Es wird ja immer nach produziert. Das ist ja... Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal gar nichts mehr haben. Okay, das funktioniert. Hier... Hier sind die Förderbänder wieder ganz, wie es aussieht. Kommt ihr die Kohle schon wieder? Ach ne, die hängt noch hier fest. Dann müssen wir die Kohle mal... Richtung ändern bloß nicht. Ist das das Kohleband? Ja, das Kohleband muss erstmal durch. Als erstes. Das zweite Mal, glaube ich, ist das Schlackeband, ne? Ne, das andere ist das Schlackeband. So, schauen wir mal. Jetzt sollte ich die Bänder erstmal wieder aktiviert haben, soweit. Ah, da sind sie. So, dann gucken wir doch mal eure Aufgaben an, hier. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne, dass ihr... Hä? Ah. 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 Die wollten nicht arbeiten. Die haben schon gearbeitet, aber... Die werden das Zeug noch nicht los. Okay. Auch schon voll. Ich weiß aber unser Riesentopf. Unser Riesenlager. Hahaha. Äh. Äh. Halt. Fehlt. Was fehlt? Zerkleinerte Schlacke. Die kommt ja vom Brecher. Und der hat... Der hat keine Schlacke. Cooler. Schleinerte Schlacke. Schleinerte Schlacke. Ah, richtig. Das ist ja das Schlackeband kommt vom... Das Schlackeband kommt vom... Kupfer. Von hier. Kupferband hat das voll. Warum es heißt ja nicht, was du drauf hast? Ach, der hat ja nichts drauf. Er hat nichts drauf. Ja. Es. Nicht er. Es. Das Band. Ammoniak? Nix. Ach so. Ja. So. Buch. Okay. Die warten für... Galkstein. Die Schlacke... Rollt im Moment nicht an. Weil... Weil das Kupferband... Voll ist, ne? Ne. Dicht. Auch dicht ist. Deshalb steht das erstmal auch noch. Gut. Aber wie gesagt, die Schlacke kommt vom... Ähm... vom Kupferhoch... Von den Kupferhochöfen kommt die Schlacke... hierher. Hier in die ersten drei... in die ersten drei Behälter. Die sind für unsere Schlacke. Und gehen dann wieder weg. Nach... 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 Nach hier zum Brecher. Ne? Aber wie gesagt, im Moment kam ja keine. Und... Wie gesagt, einmal zum Brecher. Das würde ja dann auch schon... stehen. Und dann aber vorsichtshalber. Damit die Produktion bei der... Die Kupferproduktion nicht stehen bleibt. Durch... Schlacke bedingt nicht hängen bleibt. Weil Schlacke ausgangvoll ist. Habe ich hier so eine Schlackebahn gebaut. Für hier. Die ich allerdings dann... separat... separat leeren muss. Ich will mal hier noch so ein großes... Ich will mal hier noch so ein großes... 1240... 1540... Also weg damit. Ach, jetzt geht der da wieder nicht. Dann machen wir es eben so rum. Dann machen wir das eben so rum. Das dauert dann eine Weile. Wie der voll ist. Dann baue ich nicht so oft hier hinter gucken. Den kann ich ja auch noch leer machen, so. Ah, die fahren sie jetzt wahrscheinlich erstmal dann... Ah, kommt noch eine LKW. Einer geht noch. Weil ich wollte nicht so vorne... So weiter vorne hin bauen. Dann habe ich ja alles dicht wieder. Aber unsere... 90 von 91 Megawatt Sekunden... 1 Megawatt... Ja... Ihr aktuelle Produktion. Das Ding dreht sich. Wir müssten doch viel mehr produzieren eigentlich. Find dort Anzeige. Wo muss denn hin? Wasser... Wasser aus dem... Wo schicke ich dich jetzt hin? Wasser... Wo sieht ein Wasser schwach aus? War zwar hier oben bestimmt. So... Da... Der Arme. Ich meine, ich weiß noch nicht, wovon er sich dreht. Wenn er keinen Hochdruck hat. Aber... Egal. Hauptsache, er macht's. Klein Laster. Kinders, Kinders, Kinders. Fahrt doch einfach da lang. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ihr habt Rampen da. Und was soll ich euch doch alles mit der ersten Straße? Und jetzt kommt es wieder zurück. Aber sonst stelle ich sie wieder dahin, oder? Hä? noch einmal. Das verstehe ich ja nicht, wieso. So, und ihr habt's, was habt ihr da? Hier wohl tanken, wie es aussieht. Äh... Kann ich ja nicht mehr weit weg sein von meiner Tankstelle, oder? Ja. So. Dann habe ich hier noch eine gesehen. Der da. Kohle. So. Der kann Kohle brauchen. Äh... Abfall. Zurücksetzen. Zurücksetzen. Wenn er nicht weiß, was du machen musst, dann zurücksetzen. Kinders. Ah. Das sind immer so ne Sachen, da rechne ich es ja auch nicht mit. Wahnsinn. Da sind nur noch mehr. Acht. Achtmal. Was haben sie denn dann alles vor? Dann fähr doch dahin. Ist doch nicht so, dass alle anderen genug hätten. Kohle. Kohle. Ah. Kleine Luster machen mich schwach. Die sind nervig. Ich höre die wieder. Ah. Ah. Kannst du mal. Ah. Ach, da sind ja noch zwei. Ich bin ja noch zwei. Ah. 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 Das sollte ja mal irgendwann nicht mehr so nerven. Das sollte ja nicht mehr so nerven.